Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetter.net Spezial. Ich grüße euch in den kommenden Tagen. Da kann man wieder Abkühlung gut gebrauchen. Da geht es ab ins Freibad oder an den Badesee. Ja, die Freibadbetreiber dürfen sich wieder über Regenzulauf freuen. Am kommenden Wochenende vor allen Dingen, aber auch nächste Woche. Die Wärme bzw. die Hitze geht erstmal mit Open End weiter. Das Sommerwetter bleibt und sehr wahrscheinlich geht es bis Anfang September erstmal so warm bzw. heiß und auch sehr sonnig weiter. Schauen wir uns mal den aktuellen Luftmassenströmungsfilm an. Und da sieht man sehr schön, wie sich die warmen bzw. heißen Luftmassen, die sich hier über Südeuropa befinden, langsam aber sicher Richtung Frankreich bewegen. Und am Samstag und Sonntag, da dehnt sich diese Warmluft dann auch nach und nach über ganz Deutschland und eben auch Mitteleuropa aus. Man sieht da sehr schön, wie die roten Farben sich langsam hier bis nach Deutschland bewegen. Ja, und das bedeutet nächste Woche bei uns teilweise 34, 35 Grad als Spitzentemperaturen. Es wird also nochmal richtig heiß. Und hier mal der Blick auf den kommenden Dienstag und zwar auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und wir sehen, hier liegen die Temperaturen weit verbreitet von Südeuropa über Deutschland bis nach Skandinavien so bei 16, teilweise bis zu 20 Grad. Und das bedeutet, am Erdboden kann es Lockertemperaturen von teilweise deutlich über 30 Grad geben. Und diese Karte hier, die zeigt nochmal sehr schön die Wärmeblase über ganz Europa. Das sind nämlich die Temperaturabweichungen vom langjährigen Klimamittel am kommenden Dienstag. Und wir sehen, überall in Europa ist es gut 8 Grad so warm in der Höhe. Das heißt, hier ist eine richtige Wärmeblase in weiten Teilen Europas unterwegs. Schauen wir uns zum Schluss mal die Ensemble-Vorsage noch an für das Rhein-Main-Gebiet. Und wir sehen, die Temperaturen in zwei Metern Höhe, die steigen nun immer weiter an auf Werte um oder knapp über 30 Grad. Und sie bleiben quasi bis Anfang September auf diesem Niveau. Dann eine leichte Tendenz zur Abnahme, aber auch nicht wirklich sehr grob. Also ein Temperatursturz ist da Anfang September nicht in Sicht. Die Niederschläge, die bleiben erstmal sehr gering. Erstmal überhaupt kein Niederschlag mehr. Dann so Richtung Anfang September ein paar kleinere Niederschlagssignale. Aber der große Regen wird das wohl wieder nicht werden. Zum Vergleich noch ein Blick auf die Ensemble-Vorsage für Süddeutschland. Es sieht ähnlich aus, sehr stabil. Die Temperaturkurven liegen sehr eng beieinander. Das heißt, die Prognose ist recht sicher. Temperaturen teilweise knapp 30 Grad. Und das auch bis Anfang September. Auch hier zunächst wenige Niederschläge. Aber später könnte es im Süden Deutschlands etwas nasser werden. Ja, das war es vom Wetter hier bei Wetter.net. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, unseren Kanal Wetter.net auf YouTube zu abonnieren. Tschüss und noch einen schönen Donnerstag.